hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Ticket und 3. Spiel Atena Sword M. Das haben wir ja gestern schon gespielt. Da geht es mal weiter damit. Ich hoffe mal jetzt gibt es ein paar mehr Gelen dort, weil nur die eine war ja bisschen doof. Ich wollte schon sagen, warum passiert da nichts? Lässt aber auf sich warten. Gestern ging das ganz schnell. Ich habe nur Start gedrückt und dann war es da. Na ja. Musik. Oh, ist sowieso nichts da. Bestätigen. Starten. Da ist mein Charakter. Mikro. Und dann wollen wir mal gucken, was heute für Tice Queste da sind. Schauen wie schnell ich die schaffe. Ob ich die überhaupt schaffe. Morgen? Nein. Ich muss noch warten. Wo steht hier die Zeit, wann ihr spielen könnt? Das war Tag 2 schon. Nein. Das war Tag 2 schon. Nein. Das war Tag 2 schon. Bis zum nächsten Mal. Sie. Du bist du? Ich weiß nicht? Ich weiß. Du bist du? Du bist du? Ich weiß. Das war. Du bist du? ja dann erstmal kurz gucken ansonsten mach ich gleich den Cut und sag dann mal bis nachher Ruinwächter Ruinwächter Oh, das ist die Einbringung. Ausrüsten. 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 Alles verstärkt. Ausrüsten. 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 Tägliche Quest. Wo seid ihr? Darum war das täglich. Das ist aber noch der erste Tag. Ach ja. Mensch. Sechs Tage verblümene Zeit. Ach ja. Fließer war ich gerade. Boss. Ausrüsten. Ausrüsten. Schnell. Bild. Oh es gibt es ein paar mehr. Wie geht's denn? Gestern gab's nur die eine. Russia, Europatel, Timeout. Nur die gab's gestern. Ja, ich muss ja VIP sein. Und so brauche ich mir die Diamanten. Hab ich gesehen. Und hier ist einfach der Gede beigetreten. Aber russisch, russisch und russisch. Hm. Schade. Versteh ich nicht. Kein Problem. Um. 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 Es geht um. 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 muss ich das machen bis ich 32 bin hm Das war's. So, der ist einmal besser, der ist einmal besser. Und dann müssen wir jetzt einmal auf Ausrüstung gehen. Da. X verstärken. Nein, geht nicht. Schade. Okay, da. Oh. Aufrüstig. Ah ja, egal. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schauen wir mal 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 mal Schauen wir 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 mal Oh, wenn ich bei 900 bin, kriege ich den nächsten. Aber das schaffe ich nicht. Guck mal, der ist schon bei 100.000. Den will ich noch schaffen. Komm, probieren wir den noch. Ach, geht gar nicht mehr. Ich kann noch 5 Uhr am Tag. Na gut, dann habe ich den Bad fertig. Die Tagesquest fertig. Das muss ich jetzt hier machen. Nein, den Kampf haben wir auch schon gehabt. Erfahrungsland. Wir sind jetzt erst mal im Bad. Quelle da. Baden in der Quelle. Baden. Ich habe nichts zum Benutzen. Dann müssen wir uns mal schnell aus. Okay. Wie hoch ist jetzt meine Kampfkraft? R60. Verbessern. Nein, das schaffe ich nicht. Aber warte mal. Wie kam ich da hin? Ansehen. Verbessern. Schnell einlösen. Aber den schaffe ich noch nicht. Steht auch hier. Ich brauche 70.000 in Level 10. once. Bono Zeit. Bono Zeit. Okay Ausrüstung? Verstärken. Was ist das hier? Einlösen? Ah, hier ist ablevel Rang 100 los. 100 bis Rang 1. Shop Brauer nicht, Verlies nicht, Boss nicht, täglich. Sagt er das noch? Also das habe ich fertig, das sozusagen fertig. Da, machen wir das hier. Jetzt teilnehmen. Danke, Boss. Danke, Boss. Danke, Boss. Danke, Boss. Einzame. Oh, jetzt bin ich in ein Gehle drin. Da bin ich jetzt mal gespannt. Warte mal erst mal. Einlösen. Ach hier ist es der zweite Tag. Was ist der? Um 6 Uhr heißen. Bestätigen. So, Entschuldigung, ich fahr einmal kurz hier. Ich fahr einmal kurz in Google Store drin. Play Store. Okay. Ich fahr. Ich fahr einmal kurz in Google Store drin. Ich fahr einmal kurz in Google Store drin. Um 7 Uhr heute. Okay. Also eine Stunde. So lange wirst du aber nicht mal spielen. Ich fahr einmal kurz in Google Store drin. Okay. Geschenke, ja. Spenden, okay. Benutzen. Service 36. Nice, nice, nice. Erstmal schauen, was er hier macht. Oh, so viele Queste. Oh. Verbessert eine Kaka, bitte. Verbessern. Ich werde gleich irgendwo stehen bleibt. Und dann klicken wir mal hier schnell alles durch. Sieben von acht Fortschritten habe ich schon. Und ich weiß gar nicht, was für eine Quest die jetzt gerade hier läuft. Das ist glaube ich die, die gerade läuft, ne? Wird wiederbelebt. Okay. Ein Weltboss. Da muss ich natürlich gleich mit dabei sein. Schon mal importen. Ich weiß gar nicht, wie lang es da ist, dass ich da bin. Ich weiß gar nicht, wie lang es da ist. Ich weiß gar nicht, wie lang es da ist. Oh, scheiße. Da kommt der nächste. Schon drei Leute. Okay. 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 So. Jetzt haben wir noch. Eine Minute, 40 Sekunden. Das müsste normal schaffbar sein. 10, 2, 8, 7, 5, 4. Ich kann nicht 10. 7, 5, 4. Ich kann nicht 10. 3. Müll. Okay. Loosen. Nice. Ausrüsten. Schnellere. Zack, zack, zack. Einlösen. Vorteil. Abonnieren. So. Ah, der nächste ist da. 32. Wie viel Zeit haben wir bei denen? Wer ist denn das eigentlich? Dunkler Ritter. Dunkler Ritter. Dunkler Ritter. NOT gelöst. Ja. Was ist ein Zeichen? Schnellere, das ist gut. Is das? Ja. Na ok, wer hier, der Sarah, oder die Sarah, ist genauso wie ich, auch eine Mikro. Also wir beide heilen uns gegenseitig die ganze Zeit hoch, dann müsste ich eigentlich mein Ding jetzt jetzt benutzen, den hier, aber ich weiß nicht wie das geht. Sternenaufstück 40.000. Ui, da steht die Butter für die Tiere. Ich will den einsetzen. Wie geht das? Ich weiß es nicht. Na, wie viel Zeit haben wir noch? Achtung, da hat er gar keine Zeit. Ausrüsten, benutzen, benutzen. Langeboss. Ich weiß es nicht. Oh Da, da Was? Angst Ein Flösser Angst Ein Flösser 91% Der ist recht tot So, ich glaub das waren dann die paar Gegner Boah Der haben wir auch grad schon gehabt, ne? Angst Ich glaube der hat ganz am Anfang gehabt Und der darf so einen dunklen Ritter wieder Das könnte man sich die ganze Zeit bei einem Hotel laufen lassen Oh Danke, Boss Oh bin ich tot Gut Gut Nein Der ist gleich da Aber Aber Ich bin ja noch bei denen an Campen 4 von 6 1 Wo bin ich? 1 Ah Ich bin die 1 Ich bin die Nummer 1 Guck mal, ich bin da Nummer 1 Das muss Das muss doch gefeiert werden Aber Sunny kommt immer näher Und Sunny hat mich gleich Oh Ich bin nochmal 2 Zeigen wir mal Was ist das denn? 1 Ein Schlag gemacht? 1 Schaden? Das ist ja sweet Das macht mich Dann deine Du 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 noch drei stück ausrüsten abgestürzt na gut dann sag ich mal das war's für heute ich werde mir jetzt mein ticket abholen ich kann es noch nicht mal beenden gut ein schönes ende ich hoffe ihr hattet spaß ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen